Herzlich willkommen bei Alman Arabica, dem spontansten, improvisiertsten und introlosesten Podcast, den es aktuell gibt. Ich denke, wir werden auch auf das Intro verzichten. Ich denke, wir haben lang genug mit Jean-Pierre zusammengearbeitet, aber ich denke, das war's jetzt. Der ist unpünktlich gewesen, schon letzte Woche. Diese Woche ist er aus unanklärlichen Gründen noch gar nicht da. Und von daher würde ich sagen, falls du das siehst, Jean-Pierre, du bist gefeuert. Du bist entlassen, Jean-Pierre, du bist entlassen. Ja, ich bin sowieso dafür, dass wir einfach Sido hier was einrappen lassen. Der Mann, ja nee, also hast du mal geschaut, was es so kostet, einen Synchronsprecher, einen berühmten Synchronsprecher, Sprüche von dir nachsprechen zu lassen? Hast du das mal gesehen? Ein Appel und ein Ei, oder? Nee, überhaupt nicht. Nee? Überhaupt nicht, pro Satz Taui. Wie viel? Ja, klar. Appel und ein Ei, Bro? Ich hab mal diesen, ja, so ein Taui ist ja ein Appel und ein Ei für uns, aber wir versuchen ja, in der Mitte der Gesellschaft zu bleiben. Aber der Synchronsprecher, oder nicht Synchronsprecher, sondern der Sprecher von TV Total, der das immer gemacht hat, da hab ich mal geguckt und der war nicht so teuer. Der ist ja auch überall. Ja, ich, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber so Bruce Willis, Will Smith, oh, die, ja, ja, die sind teuer. Die kosten richtig Geld. Die kosten Eric Cartman. Die wollte ich mal, da wollte ich mal einsprechen lassen. Twitch Prime is not a crime. Ist teuer, ne? Aber hat mich ein Taui gekostet. Ich hab Christina Aguilera angeschrieben, dass sie mir einsprechen soll, wenn ich Karls Dream sehe, wäre ich nass. Aber, ähm, die hat gar nicht geantwortet. Oh, fuck me, Alter. Ja. Oh. Ja, gut, dass die Podcast-Aufnahme heute ist, Karl. Gestern wäre es nicht möglich gewesen. Gestern hat mich verschieben müssen. Ich möchte erstmal natürlich ein wunderschönes, äh, ein wunderschönes Hallo, ein, äh, von Herzen kommendes, schönen guten Tag an die Zuschauer, äh, und Zuhörer dieses, äh, Podcast Alman Arabica. Und die Frage, wie es dir geht, ähm, die sparen wir uns, denn, was ist passiert gestern? Erzähl. Okay, ich war gestern im Krankenhaus. Fils Badman. Fils Terrible. Ja, Fils sehr Badman. Also sehr, 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 sehr. Du hast, ich hab dir schon ein bisschen was erzählt, aber ich roll das jetzt mal auf. Ähm, und zwar, hab ich am Sonntag gestreamt. Ne? Und, ich bin jemand, der grundsätzlich, und das muss ich davor sagen, ich war jetzt seit, lass mich nicht lügen, wegen, also wegen so krankheitsbedingten Situationen, gefühlt sieben Jahre nicht beim Arzt. Ja, also ich war schon ganz lange nicht mehr beim Arzt oder hab irgendwie Blut abnehmen lassen, beziehungsweise... Jetzt kommen wieder die Leute und sagen, halt, 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 stimmt nicht. Das letzte Mal, als ich's mitbekommen habe, dass du zum Arzt bist, war bei der Corona-Geschichte. Ne, da bin ich ja nicht zum Arzt. Da bist du nicht zum Arzt? Ne, da hab ich nur telefonisch angerufen und der hat gesagt, bitte zu Hause. Das ist ja das gleiche wie beim Arzt sein. Ja, aber das, also, ja, wenn das ein Arztbesuch war, dann war ich beim Arzt. Also wenn das Telefonieren mit einer ärztlichen Einrichtung ein Arztbesuch ist, dann war ich da beim Arzt. Richtig. Nichtsdestotrotz hab ich sehr viel Zeit außerhalb von Ärztezimmern verbracht und hab halt irgendwie nicht geguckt. Und, das ist erstmal wichtig zu wissen, als ich am Sonntag aufgehört hab zu streamen, dachte ich mir, hey, alles klar, ähm, ich muss auf Klo, äh, und, äh, verrichte die Dinge, die verrichtet werden müssen. Ja, auf die, auf die geschmackvollste Arzt- und Weise, ne, in, in Verbindung mit klassischer Musik und allen möglichen Sachen, ja. Und als ich das Geschäft verrichtet habe, hab ich gemerkt, hey, äh, fuck, da ist eine nicht unerhebliche Menge Blut dabei. Also, nicht unerheblich mit erschreckend viel, erschreckend viel. Und mir ist sofort das, mir ist sofort das Blut aus dem Gesicht gelaufen, weil ich so ein bisschen gebraucht habe, um zu verstehen, was das gerade bedeutet, potenziell. Ähm, deswegen hab ich mich daraufhin, ich hab erstmal ein bisschen gebraucht, so, ich dachte so, okay, wow, what the fuck. Ähm, hab ein Telefonat geführt mit jemandem, der sich da auskennt und mal kurz rumgefragt und so, hab's beschrieben. Und, ähm, dann hab ich, ähm, dann hab ich die Info bekommen, hey, ja, okay, das kann das und das sein, das kann das und das sein. Man hört ja alles Mögliche. Aber beobachtet, also, das ist nicht gut, das ist nie gut, egal was es ist, ist es nicht gut. Ähm, jetzt guck mal bitte, ob das, also nicht unnötig auf Toilette gehen, sondern, wenn du das Gefühl hast, du musst auf Toilette, dann geh auf Toilette. Und dann ist halt Folgendes passiert, dann bin ich, dann hatte ich das Gefühl, ich muss auf Klo, aber dann ist nix, äh, mit Stuhlgang gewesen, sondern dann war da nur noch Blut. Und, das Problem ist, heutzutage ist ja alles Tiefspüler, das bedeutet, was ja logisch ist, das bedeutet, du kannst ganz schlecht einschätzen, wie viel das ist. Aber, es war ne Menge, es war ne verfickte Menge, und ich dachte, und dann ist mir so langsam noch mehr Blut aus dem Gesicht gewesen und es sah aus wie ein Geist. Mhm. Es war aber schon, es war aber schon nachts, und mir ging es gut, also, ich hatte keine, ich hatte keine Schmerzen, gar nichts. Mir war nur unwohl, wegen der Tatsache, dass das da passiert. Also hab ich mir gesagt, okay, alright. Fieber gemessen? Kein Fieber, gar nichts. Okay. Null. Also hab ich mir gesagt, okay, folgendes. Ähm, wenn das die Nacht vom Sonntag zum Montag noch irgendwie massiv vorkommen sollte, dann sofort Notaufnahme, bla bla bla. Wenn nicht, dann einfach ganz normal Internisten aufsuchen, los geht's, und dann gucken, was das ist. Die Nacht war sehr, ich hab nicht geschlafen, also ich hab wirklich nicht geschlafen, ich hab die ganze Zeit, ich weiß nicht, das kann man sich bestimmt nachvollziehen, oder das kann man bestimmt nachvollziehen. Ich hatte die ganze Zeit den Gedanken, ähm, ja, es ist jetzt vorbei, so, es ist, ähm, es wird Stufe 4 Darmkrebs sein, äh, irgendwas, es wird, äh, das ist schon vorbei. Und ich hab, es ist das Irrationalste, was du denken kannst, denkst du da natürlich, und dann kämpfst du mit Logik dagegen an, dann kriegst du ein bisschen Bauchweh, dann interpretierst du in Bauchweh irgendwas hinein, aber du hast eigentlich nur Bauchweh, weil du sich so unwohl fühlst, und so weiter, und so fort. Ich bin dann auf jeden Fall am nächsten Morgen direkt zum, ähm, Internist, der mir gesagt hat, okay, wir, ähm, gucken mal durch, da wurde dann alles, alles überprüft, was man überprüfen konnte, mit Ultraschall erstmal, irgendwelche Risse zu sehen, welche Farbe ist es, war es hell, war es dunkel, ähm, kommt's, was ist irgendwelche anderen, kann, also allgemein, es wurde einfach geguckt. Ähm, und dann wurde gesagt, okay, sie kriegen, ähm, gehen sie zum, gehen sie zum Proktologen, und lassen sie sich da mal, äh, durchchecken, ja. Wenn das allerdings nach diesem Besuch, ich war frühst direkt nach diesem Besuch nochmal vollkommen sollte, legen lassen sie alles liegen, und gehen sofort Krankenhaus, weil Termine sind halt immer Termine, und, ähm, das ist halt immer schwierig, und ambulante, ambulante Sachen zu machen, ist halt immer ein bisschen doof. Ich bin also nach Hause, hatte dann das Gefühl, dass ich auf Toilette muss, war auf Klo, warm, wieder, und, bort, wieder, und ich so, alles klar, es reicht. Ich hab dann, ähm, meine sieben Sachen geschnackt, äh, dafür gesorgt, dass meine Hunde versorgt sind, und bin ins Krankenhaus. Boah, das ist so unangenehm, ne? Boah, das, bin ins Krankenhaus, und hab mir aber selber gesagt, hier geht's nicht darum, irgendwie so einen Stolz zu haben, oder so, also, ich erklär auch gleich, wieso, hier geht's jetzt nicht darum, dass ich irgendwie zu stolz bin, das zu erzählen, sondern ich geh da hin, ich sag, was los ist, und ich lass das durchchecken komplett, weil das jetzt eine ernste Scheiße ist. Der Grund, warum ich mir das gesagt habe, ist tatsächlich Total Biscuit. Ich weiß nicht, ob du das mitgekommen hast, aber Total Biscuit, Total Biscuit hat mal erzählt, in einem Podcast, Total Biscuit ist an Darmkrebs leider gestorben, der hat gesagt, er wünscht sich, er hätte nicht das erste Mal, als er Blut in seinem Stuhl gesehen hat, es ignoriert. Und Ist halt wirklich genau das, was er gesagt hat. Der hat ja lange dann, der hat ja lange im Endstadium dann auch gegen angekämpft, und er sagte, der hat die, der hat die Anfänge ignoriert, und deswegen kleine, kleine Zwischen, Zwischenmeldung an alle Männer da draußen, an alle Frauen, Mann, lasst euch da regelmäßig durchchecken, Alter, gerade wenn ihr so in unserem Alter seid, so mit 30, sollte man zur Vorsorge und mal alles, alles checken lassen. Ich bin dann im Krankenhaus angekommen, und dann wurde die ganze Maschinerie, also alles. Ich gelte natürlich in den Krankheits-, also im Krankheitsgewerbe, beziehungsweise im Krankenhausablaufsystem, gelte ich natürlich als gut betucht. Das bedeutet, die stellen mir alles in Rechnung, also ist okay. Das heißt, die halten sich überhaupt nicht zurück. Die denken, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, wir machen das, scheißegal, Geld spielt keine Rolle. So nach dem Motto. Nichtsdestotrotz bin ich da reingekommen, es wurde erstmal Blut abgenommen, dann wurde ein EKG gemacht, dann wurde immer mehr ausgeschlossen, dann kamen die Werte vom Blut zurück, dann wurde gesagt, okay, leichte Entzündung, dann wurde gemessen, wie viel rote Blutkörperchen du in deinem Blut hast, um zu ermitteln, ob es eine, also wie viel Blut du verlierst, verstehst du? Das heißt, da wird dann gesagt, okay, hast du so und so viel, hast du dann Wert, ich glaube, das geht von 0 bis 10, der unter 8 ist, dann verlierst du irgendwo Blut. Und Leukozyten sind ja auch relevant für eventuelle Krebserkrankungen und so einen Scheiß, da sehen die das ja auch alles so. Also, meiner war gut, also mein Wert war gut, das heißt, es hieß, dass es irgendwie nicht, dass es wohl nicht irgendwo mega dramatisch ist. Okay, nichtsdestotrotz haben die das alle sehr ernst genommen, ich inklusive auch, dann hatte ich da ein paar Untersuchungen und ganz am Ende hieß es, alles klar, die einzige Ausschluss, also sie machen das nach einem Ausschlusskriterium, ist, wenn es eine Endoskopie, also wenn über die Endoskopie, also Koloskopie, glaube ich, gesagt wird, okay, so und so geht das. Das konnte aber nicht komplett gemacht werden, sondern das konnte nur die letzten 30 Zentimeter gemacht werden, weil bei einer kompletten Koloskopie kriegst du ja Abführmittel. Und das muss irgendwie vorbereitet werden, das heißt, da muss ja der komplette Darmtrakt, muss ja, Darmspielung. Muss komplett sein und das wäre dann eine Darmspielung, also ist das die Vorstufe, das ist eine Rektoskopie, wo du nur eine Darmspielung bekommst und dann ist der Drops gelutscht. Und das wurde dann alles vorbereitet, ich habe dann dieses typische Krankenhaus, du hast ja das Bild, ich habe dir ein Bild geschickt, glaube ich. Du hast mir zwei Bilder sogar geschickt, inklusive einem Selfie und da hatte ich schon wirklich Ich war wirklich, ich war wirklich nicht auf dem, ich war blass, blass ist Untertreibung. Er hatte ungefähr meinen Ton und das heißt schon was. Ich hatte dann dieses lustige Nachthemdchen an und hatte überall, also die ganze Zeit EKG. Da wurde auch nichts gefunden, das ist alles gut. Dann ging es in die Endoskopie, also in diese Dings und da haben die dann gesagt, hey, wollen sie es mitbekommen oder wollen sie... Und ich so, na gut, ich habe wen, der mich abholt, das ist in Ordnung, also auf Wiedersehen. Und das, also, weißt du woran Michael Jackson gestorben ist? Der wird einen Cocktail gekriegt haben, oder nicht? Propofol, Propofol. Ja. Und die Scheiße benutzen die, Propofol. Ach komm. Und das Zeug ist wie, also, ich war noch nie in Narkose oder sowas. Ich habe keine aktiven Erinnerungen, dass ich irgendwie einen längeren Krankheitsaufenthalt war, vielleicht als ich ganz, ganz klein war. Aber nichtsdestotrotz hat er sich an meinen Zugang, hat er so eine Propofol-Sache angelegt, auf entspannt. Und hat da gespritzt und hat gesagt, gute Nacht. Und das war gute Nacht, Bro. Das war, ich habe gefühlt, ich habe, das war wie eine Zeitreise. Also wirklich, es war eine Zeitreise. Du hast, der hat gesagt, gute Nacht und gute Nacht. Und dann bin ich aufgewacht und dann war es 15 Minuten später, Bro. Und das war so, hä? Hä? Was ist passiert? Und das war wirklich komisch. Und du fühlst dich danach auch ein bisschen matschig und benommen. Kopfschmerzen auch. Ich hatte Kopfschmerzen bis zum Gehen nicht mehr. Kopfweh. Und dann kam aber, dann haben die schon gesagt, hey, so und so sieht es aus. Das ist eine Fissur, die da stattfand, also so ein Riss. Die kann schon mal bluten ordentlich. Das kann schon mal sein. Das ist jetzt aber nichts, was irgendwie, also es ist nicht irgendwie was, also keine Hämorrhoide oder sowas oder irgendwas anderes, sondern es ist einfach nur eine Fissur. Und diese, die ist auch schon wieder zu gewesen. Das hat also nicht mehr geblutet, sondern das war schon dicht. Hat aber wahrscheinlich ordentlich geblutet. Und dann haben die das alles in den Bericht gepackt. Und ich war erst mal, pfff. Ich war erst mal sehr beruhigt. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe den ganzen Tag damit gekämpft, mich nicht einzureden zu lassen. Und auch nicht, was heißt einreden zu lassen, aber die ziehen ja alles in Erwägung. Und wenn die dir sagen, zu 80 Prozent ist es nichts Ernstes, heißt das trotzdem, dass 20 Prozent was anderes sagen. Und deswegen ist es gut, dann das zu haben. Und ich bin dann auch nachts wieder rausgekommen, glücklicherweise, und habe einfach sehr lange geschlafen dann. Habe dann einfach sehr lange geschlafen und bin jetzt wieder am Ball und habe glücklicherweise auch echt neben diesen ganzen Sachen Blutbild, großes Blutbild, EKG, alles was so ist. Wie sehen die Zuckerwerte aus? Wie sieht es aus mit der Leber? Was ist hier? Was ist da? Nichts Beunruhigendes erfahren. Also, und das ist, glaube ich, etwas, so beschissener Anlass ist, buchstäblich, so schön ist das Ergebnis, nämlich, dass ich nicht irgendwie, also, dass, 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 dass nicht irgendwo was ist. Also, dass nicht, dass ich nicht in, in ein Jahr davon schneide, weil ich, weil ich zu faul war, zum Arzt zu gehen oder sowas. Alter, das ist, also jetzt mal, jetzt mal fucking Real Talk, ne? Wenn, das ist, das ist, das ist, also, diese Total Bisset-Geschichte ist ja auch noch nicht lange her, ne? Und, und, also, da, 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 ich kriege Gänsehaut. Da nur, nur dran zu denken, kriege ich nur Gänsehaut. Ich habe deine Reaktion angemessen, als ich dir gesagt habe, was es ist oder warum ich hier bin. Ich habe das ja sonst nicht gesagt, weil die Leute halt immer Panik schieben, ne? Ja, da kriegst du, also, verständlicherweise, weil du hast es selber gesagt, ne? Ich glaube, wenn man sich selber schon Gedanken, so, so, also, wenn man sowas, wenn man das, alleine der, der, der Moment, wenn man das realisiert, mir fehlen komplett die Worte, also, bin, ich stotter ein bisschen, deswegen tut mir leid, ähm, wenn man das realisiert und man, und man hat dann diese, so eine, so ein, in der, in der näheren Vergangenheit liegendes Event von einem, von einem, äh, von einem Ableben von einem, von einem Streamer, ähm, das ist, wie du gesagt hast, so, selbst wenn du, selbst wenn du, selbst wenn du, selbst wenn du versuchst, dir einzureden, dass das eben nichts fucking Ernstes sein kann, weil warum sollte es dich treffen, hast du halt diesen scheiß Gedanken, glaube ich, mit dem du zu kämpfen hast und allen, denen du das erzählst, ähm, denen tust du da auch nichts Gutes mit. So, das ist, ja, genau, die, äh, die, die Leute zerbrechen sich halt die Birne des Todes. Ja. Und je mehr Leute dich mögen, desto mehr wird da interpretiert und so und keine Ahnung, nicht am Ende irgendwelche, werden irgendwelche, äh, Kerzkränze gemacht und so ein Scheiß, aber, ähm, ich hab gestern dann nur diesen, ähm, du hast ihn ja gesehen, mein, ähm, mein Twitter-Post gemacht, wo ich gezeigt hab, hey, es geht grad heute nicht, heute ist ein bisschen schwierig. Mhm. Äh, nur damit klar ist, dass das jetzt eine Ausnahmesituation ist, weil wir uns eigentlich auch in UFC vermöbeln wollten, ähm, ich hab mich aber selber vermöbelt, mehr oder weniger, und war aber okay, also es war, die waren alle super nett, alle waren super nett zu mir, alles war, alles war, also ich kannte das ja noch ein bisschen, ich meine, Medizin entwickelt sich so schnell weiter, aber ich kannte so ein bisschen noch vom Zivildienst damals und, und, ähm, also wie so Abläufe sind und worauf man achten sollte, vielleicht, aber alle war super nett, ähm, war halt eine Menge Zeit, die verloren geht, aber ganz am Ende kann ich mich nicht beschweren, ich hab da eine sehr privilegierte Position und, ähm, denke, dass, das hätte nicht, hätte nicht, ich glaube, es hätte nicht besser laufen können, es hätte deutlich schlechter laufen können, alles, was damit zu tun hätte, ich hätte noch länger warten können, ich hätte unter Umständen, wenn die was gefunden hätten oder wenn die gesagt hätten, hey, wir haben da unten nichts gefunden, ähm, das Blut kommt irgendwie von weiter vorne, äh, dann hätten die mich da behalten und hätten gesagt, ähm, stationärer Aufenthalt, äh, hier die nächsten Tage auf Wiedersehen, weil... Ja, wie gesagt, also wenn, du beschäftigst dich mit dieser Thematik einfach zwangsläufig, ähm, weil, weil es ein präsentes Thema war in unserem kleinen Kosmos hier, und da, wenn, wenn man so eine Scheiße, wenn man, wenn man das, wenn man dieses, dieses Symptom hört, dann denkt man sofort, so entweder ist da irgendwo ein Riss, das wäre noch cool, oder es sind Hämorrhoiden, das ist auch noch cool, oder aber es ist halt der fucking Jackpot, weißt du, und, und, und das, und das ausgeschlossen zu, zu wissen, ist, 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 ist eine, ist eine heftige fucking Erleichterung, Bruder, wirklich. Weißt du, was, weißt du, was auch eine überraschende Erleichterung war, was ich mir, was ich in diesem Zusammenhang nicht so erwartet hätte, aber was logisch ist, auf die Frage hin, trinken sie, rauchen sie, nehmen sie irgendwelche Drogen, kontinuierlich mit Selbstbewusstsein sagen zu können, nein, 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 ist sehr gut, ist sehr gut, denn, dass die Ärzte sich da keine Gedanken machen müssen bezüglich irgendwelcher Nebenwirkungen oder irgendwelchen Sachen, die nebenbei funktionieren, oder die dann irgendwie eine Rolle spielen im gesamten Spektrum so, das ist schon sehr erleichternd. Ja, wir sind, also, ich glaube, für alle beteiligt. Ist halt wirklich so, bis auf die kleine Flasche Korn morgens trinken wir halt beide nichts. Und, und da kann man schon ein bisschen, kann man schon sehr beruhigt, aber ich weiß das so, ich bin ja, ich bin ja jetzt auch seit, seit drei Wochen ohne Zigarette, ähm, und, äh, nur bei diesem Vape und bin jetzt schon von, von 18 auf 12 runter, was das Nikotin angeht, und gehe da so den Weg, den du auch gegangen bist, funktioniert der Staunen nicht gut, ne? Ist ein bisschen, würde ich, kann ich dir auch nur raten, Alter, mach das. Ja, ich muss es machen, weil, weil, äh, weil das hier einfach irrational teuer ist. Also, Zigaretten sind halt irrational teuer. Ich habe von meinem Arzt zwei Dinge mitbekommen, die ich machen muss. Die ersten sind, dass ich mich der, äh, kompletten Facette von Magen- und Darmspiegelung stellen soll, um einfach eine Gewissheit zu haben, die, die dann final ist. Ähm, das sollte ich machen. Und das zweite ist, und das ist etwas, was mir, ähm, wo ich mir jetzt auch schon einen Plan gemacht habe, ich muss, ähm, abnehmen. Ich muss abnehmen. Er hat gesagt, ich soll abnehmen, ähm, ich, äh, soll das nicht auf die, auf die lange Bank schieben, weil ich einfach schon ein alter Sack bin, aber, äh, ich soll abnehmen. Also, ja, das wäre besser für meine Gesundheit. Das ist natürlich immer viel bla bla, und man soll sich so, ich fühle mich auch gut, ähm, ich habe das aber, ich habe das gestern gehört, habe da nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, und das wird jetzt auch passieren, ähm, ich werde mir so einen Plan zurechtlegen und werde, ähm, und werde, äh, so 20 Kilo Verlust anpeilen. Ja, das ist so die, das ist so das Ziel auf lange Frist. Ich glaube, man sollte mehr mit, man sollte mehr mit kleinen Zielen arbeiten. Ich werde das vielleicht auch nochmal staffeln oder so. Aber, ähm, 20 Kilo weniger wären eine, eine, eine deutliche Verbesserung. Und das sind so zwei Sachen, die ich, die ich mitbekommen habe, die ich machen muss. Und das ist gut, dass du das schon gesagt hast, aber es ist tatsächlich bescheuert, ich erwähne es jetzt das dritte Mal, ähm, wenn Total Biscuit, dieser Fall nicht existiert hätte und ich nicht genau wusste, weil ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, dass der gesagt hat, es war ein Fehler, das erste Mal das zu ignorieren. Und ich habe das, ich weiß nicht, ob ich es gleich gedacht habe, als ich es das erste Mal gesehen habe, oder ob das so in diesem laufenden Prozess ist. Also, das ist etwas, was man nicht ignorieren sollte. Unterbewusst. Also, was man einfach nicht ignorieren sollte. Und da sollte man auch, und das ist, ich weiß, das spielt eine Rolle, da sollte man auch keine Scham empfinden. Ich empfinde auch keine Scham, ähm, weil ich mit der Gewissheit leben kann oder mit der Gewissheit jetzt habe, dass alles erstmal IO ist und nur noch Kontrolle gemacht wird. Ähm, deswegen, wenn da mit zuständigen Leuten gesprochen wird, macht euch nicht ins Hemd, Alter. Macht, die Leute sind da, um euch zu helfen. Ähm, medizinisches Personal ist da, um das in den Griff zu kriegen, um alles an Technologie zu benutzen in dieser Branche, was da ist, um euch zu helfen. Und deswegen sollte man sich diesbezüglich auch nicht zurückhalten oder nicht denken, dass die dann irgendwas Schlechteres von dir glauben, so. Tun sie nicht. Weil das tun sie nicht. Sie wollen helfen, die werden bezahlt dafür, dass sie helfen. Und für die, ähm, ist es auch mal, also es klingt jetzt bescheuert, aber ich weiß es aus eigener Erfahrung und ich kann mir vorstellen, dass es so ist, für die ist das auch mal eine nette Abwechslung, nicht den ganzen Tag alte, knattrige Leute zu haben, die einen Schwächsanfall haben. Du, also dieses Schamgefühl, was bei vielen halt omnipräsent ist, bei diesen Untersuchungen oder Behandlungen oder sonst irgendwas, gerade wenn es in intimere Regionen geht, da habe ich mit Isa mal drüber gesprochen, weil die ist ja OTA und die hat gesagt, so, Bruder, wenn du, wenn du ein bisschen Blut im Stuhl hast, ne, oder ein bisschen Blumenkohle am Pillermann oder so, wo du denkst, das sei ekelhaft, dann hast du keine Ahnung, was deren Job ist. So, die haben alles schon gesehen und zwar, egal was du an dir hast, Times 1000. So, die sehen das nicht und ekeln sich dann vor dir. Für die ist das normal, business as usual. Und deswegen sind Schamgefühle bei solchen Besuchen absolut unangebracht. Ich meine, stell dir mal vor, wie nett eine 85-jährige Frau riecht, die nach einem Oberschenkelbruch fünf Tage lang in ihren eigenen Fäkalien lag. So, und das ist noch nicht mal die Endstufe von dem, was da möglich ist. Deswegen macht euch da keine Gedanken, geht zur Vorsorge, lasst euch durchchecken und es ist auch kein Zeichen von Schwäche, zum Arzt zu gehen. Ich glaube, dieses Geschlechterbild ist nicht nur veraltet, sondern es ist halt auch hochgradig dumm. Wir werden nur deshalb älter, weil die medizinische Vorsorge und Versorge besser wird. Und wenn wir sie nicht nutzen, weil wir denken, wir sind die krassen Hengste und müssen nicht zum Arzt, ja, dann kann es eben auch sein, dass wir wieder mit 60 sagen, gute Nacht. Das ist, also mir geht es jetzt sehr gut, muss ich sagen. Mir geht es wahrscheinlich auch unterbewusst sehr gut, weil das alles natürlich mit mehreren Sachen gleichzeitig passiert. Ich habe ja erzählt von dem Blutbild und so und dass alle Werte gut zurückkommen und du auch mal von einer kompetenten Stelle hörst, hey, alles okay, bla bla bla. Das ist alles sehr gut und deswegen bin ich heute aufgewacht und habe mich einfach gefreut. Ja, Mann, ja, Mann. Es ist sehr beruhigend, dass es nichts Ernstes ist, Alter. Das kann ich dir garantieren. Es ist sehr, sehr beruhigend. Ja, und danke für die ganzen Nachrichten. Das will ich jetzt hier mal sagen. Oh mein Gott, ich habe nicht nur auf diesen Tweets, sondern ich habe grundsätzlich so on und off, ich habe so viele Nachrichten bekommen. Holy Shit. Jesus fucking Christ. Also vielen Dank. Im Krankenhaus war Internet schlecht, aber vielen Dank. Heftiger Shit, heftiger Einstieg, Mann. Heftiger Einstieg. Und ich glaube, es geht auch nicht besser weiter, oder? Ich weiß nicht genau, wo wir noch... Also das ist so, ich habe mich nicht wirklich vorbereitet. Ich habe die letzten Tage auch nichts wirklich mitbekommen. Ja. Außer, dass... Ich wollte in Rolli Fahrer rein, wenn wir schon mal beim Thema sind. Ach, stimmt. Oh Gott. Okay, alles... Ja, dann fahr mal... Ich meine, wenn wir schon jetzt über Darmkrebsvorsorge sprechen, können wir uns auch über Behinderter lustig machen, oder? Fahr ihn mal bitte rein. Also ich habe das Lara-Loft-Thema durchgekaut am Montagfrüh. Ähm, 7.23 Uhr habe ich die ersten Tweets dazu abgegeben, weil ich war halt sehr früh wach, wie man vielleicht erkennen konnte. Und deswegen... Was ist denn... Was, Karl? Was ist passiert? Ich versuche das so kurz zusammenzufassen, wie nur irgend möglich. Ein 40-jähriger, höchstwahrscheinlich geistig behinderter Mann hat sich vor mehreren Jahren dazu entschlossen, sich in eine Streamerin zu verlieben. Ähm, was ja so auf Crush-Ebene schon mal absolut nichts Verwerfliches ist. Weißt du, wir alle hatten schon mal einen Crush. Ähm, in eine Person... Ich habe immer noch einen Crush. Scarlett, call me. Ja, ich bin auch immer noch Jasmin Wagner und Christina Aguilera. Ähm, wenn ihr... Dann fliegt dieser sofort raus. Das ist ein anderes Thema. Ähm, aber... Aber das ist ja vollkommen okay. Das ist vollkommen normal. Nur diese Person hat sich dazu entschlossen, äh, seinen Crush in Lara ein bisschen auszufahren, ein bisschen zu... ähm, ins Extrem zu ziehen. Und, äh, er behauptet laut einem offenen Brief, den er geschrieben hat an Lara... Ich habe diesen... Ich habe diesen Brief hier. Soll ich den mal vorlesen? Wir können den gleich vorlesen, weil ich glaube, der fasst das ganz gut zusammen. Ich hab den nicht mehr da. Ich hab den auch nur überflogen, weil Matze den irgendwie geriefelt hat. Ich hab ihn hier. Ich hab ihn mit seiner vollen Blüte hier. Okay, dann lest ihn mal vor. Aber ich kann euch sagen, Jungs, das wird wild. Ich geb euch ein Trigger-Warning. Ja, wirklich Trigger-Warnung. Achtung. Offener Brief an Lara Loft und Boris. Second-Wave-Management. Also, was hat der... Also, da muss ich schon wieder direkt intervenieren. Dass der... Also, jeder, der begrüßt, geht raus an Boris. Jeder, der Boris kennt von Second-Wave, der ist halt ein eiskalter Motherfucker. Und was der damit zu tun hat, also, dass der... Ice cold. Du kannst halt froh sein, dass der das wahrscheinlich gar nicht gelesen hat. Ja, Boris hätte seine Kontakte spielen lassen und den unter die Erde gebracht, Kappa. Wahrscheinlich. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich diesen offenen Brief schreiben soll. Ob ich öffentlich Kritik und vor allem Fragen an einzelne Personen richte. Bin zum Entschluss gekommen, selbst wenn es für mich negative Folgen haben kann, das Thema hier anzusprechen. Dazu die wichtige Anmerkung, dass ich natürlich versucht habe, das gesamte Thema im Vorfeld im direkten und privaten Dialog zu klären. Nur habe ich nie eine offizielle Rückmeldung erhalten, nur einzelne Texte von Freunden, von Lara, auf meine Briefe und E-Mails und das über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren. Wohl wissend, dass alleine ein Gespräch vielleicht sehr schnell geholfen hätte. Kann gut verstehen, wenn ich für diesen Brief kritisiert werde. Hoffe aber, dass dies auf eine Weise geschieht, die sachlich und nicht beleidigend ist für keine der betroffenen Parteien. Dies schließt Frau Lara Loft ein. Herr Boris und ich hoffen meine eigene Person. Sehr gerne hätte ich dies privat außerhalb der Öffentlichkeit geklärt, aber dies war leider nicht möglich. Anfang 2018 verliebte ich mich in Lara Loft. Die Kunstfigur einer öffentlichen Person von Lara. Eine öffentliche Person, ich sage die Namen jetzt nicht einfach. Bitte nicht. Ich mag diesen ganzen Vor- und Zu, da mag ich nicht. Wie oft gerne geschrieben wird in ein Bild ein Spiel in etwas, was nicht wirklich existiert? Warte mal, wie oft gerne geschrieben wird in ein Bild? Naja, kann dort teilweise die Kritik verstehen, die an mich gerichtet wurde. Aber man kann es sich nicht aussuchen, in wen, in wenn man sich verliebt. Ich hoffe, dass meine Worte hier... Sehr gut, danke für dieses, danke für das authentische Mitlesen, dieses dramatikalische... Sorry, ich versuche das richtig zu machen. Richtig. Und ich hoffe, dass meine Worte hier erklären, warum ich Kritik äußern muss. Ich bin jemand, der sehr emotional ist. Spoiler 9. Jemand, der mit seinen Worten und Taten nicht immer gut umgehen kann. Und ich weiß, dass ich selbst viele Fehler gemacht habe. Vielleicht sogar diesen Brief. Diesem Brief. Nur erklärt dies in keiner Weise die Reaktion, das Vorgehen und die Art und Weise, wie mit diesem Thema umgegangen wird. Von seitens Loft, ihren Freunden und Second Wave. In diesem Fall von Herr Boris. Wenn jemand wie ich zu diesem Zeitpunkt, 40 Jahre auf der Lebensuhr, sich das erste Mal im Leben verliebt... Ich möchte das nochmal vorlesen, einfach um das Ganze zu sehen. Wenn jemand wie ich zu diesem Zeitpunkt, 40 Jahre auf der Lebensuhr, sich das erste Mal im Leben verliebt und mit diesen Gefühlen nicht klarkommt, sie nicht kennt, wenn er nicht weiß, was der richtige Weg ist, dann führt dies dazu, dass man schnell missverstanden wird und Dinge falsch angeht. Hat er sich da auch zum ersten Mal angefasst, ist die Frage, die ich jetzt noch hätte, die mir spontan jetzt gerade auch in den Kopf kommt. Mal gucken, vielleicht steht das ja hier dran. Okay. Habe Anfang 2018 Lara Loft natürlich gerichtet an die öffentliche Person Blumen zugesendet, Gedichte im Discord verfasst, Spenden in Liebe geschickt und eben alles, was mir offiziell und über erlaubte Kanäle möglich war. Habe dies alles in der Öffentlichkeit getan und ich weiß, dass dies falsch war, dass ich sie in einer gewissen Weise genötigt habe. Kann mich dafür nur zutiefst entschuldigen bei Frau Lara Loft, aber die Reaktion auf meine Liebensbekundigung war und ist trotzdem falsch meiner bescheidenen Meinung. Bescheuert, meinst du? Nee, bescheiden steht hier. Der meinte aber bescheuert. Oh bitte. Warum wurde dies Liebesbekundungen über viele Wochen erlaubt von Lara Loft, ihren Freunden und Mods im Kanal? Ich möchte das nochmal vorleben. Sehr wichtig auch. Richtige Frage auch. Warum wurde dies Liebesbekundungen über viele Wochen erlaubt von Lara Loft, ihren Freunden und Mods im Kanal? Richtig. Warum könnte man nicht einfach sagen, dass es keine Hoffnung gibt, nicht einfach, Anführungsstriche unten, nein, Anführungsstriche oben und das sofort, wenn die ersten Worten geschrieben wurden. Ich lese das übrigens nicht falsch vor. Ich möchte das dazu sagen. Ich versuche das genauso zu lesen, wie es hier steht. Es stand im Discord, es stand auf den Blumen beiliegenden Karten, habe es als Spende geschrieben. Es war jedem bekannt, was ich fühle. Anführungsstriche unten. Ich möchte erwähnen, auch mir. Warum spielt man mit den Gefühlen eines Menschen, Lara Loft? Weil es so viele gibt, die genau das Gleiche fühlen, weil man nur einer von vielen ist? Das war eine Aussage deiner Freunde dazu. Macht es das besser von deiner Seite? Ab wann ist es moralisch falsch, etwas anzunehmen und nicht zu sagen? Gegen ein Gesetz hat Lara Loft ihre Freunde und Management nie verstoßen. Selbst wenn man manche Worte, die an mich gerichtet waren, sehr nah an einer Beleidigung lagen. Warte mal. Die an mich gerichtet waren, sehr nah an einer Beleidigung lagen. Klammer auf, Anführungsstriche unten. Stalker, verrückter, du gehörst in eine geschlossene Anstalt. Anführungsstriche oben, zur Klarstellung. Diese Worte kamen nicht von Lara Loft und Herr Boris. Geisteskranker Spinner würde ich vielleicht noch ergänzen, wenn das erlaubt ist. Würde ich dazu schreiben. Würde ich auch noch dazu schreiben, ja. Habe ich gegen ein Gesetz verstoßen, wenn ich meine Liebe bekunde? Wenn ich jetzt sage, ich liebe dich, Lara, trotz allem, oh Gott, Anführungsstriche oben, selbst wenn manche meiner Taten nicht richtig waren, ich habe die Wahrheit gesagt und was mein Herz fühlt, kann ich. Okay. Nicht einfach so ändern. War immer freundlich, habe nie jemanden beleidigt, bedroht oder sonst wie wehgetan. Und wenn ich es jetzt erkannt habe, doch jemanden verletzt zu haben, dann tut das mir sehr leid und ich entschulde mich dafür. Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich ein gutes Herz habe, leider aber auch voller Emotionen. Es gibt jemanden, der ihn sehr gut kennt, aber das wirst du dann wahrscheinlich ergänzen. Es gibt eine Moral in dieser Welt. Er kommt gleich noch ins Bild gefahren, keine Angst. Es gibt Mitgefühl und es gibt vor allem Empathie. Etwas, was ich bei Lara Loft, ihren Freunden und Management kaum sehen kann. Es gab nur eine Ausnahme und das war ein Satz eines guten Freundes von ihr. Ein Text, den Lara Loft selbst gelesen hat, bevor er mir geschickt wurde. Dass Lara hätte erkennen müssen, was ich fühle. Das ist übrigens jemand, das ist der Rolli, der das gemacht hat, ne? Diesen Text. Ja, aber Lara hat das nie. Kommen wir noch dazu. Dass Lara hätte erkennen müssen, was ich fühle. Stopp. Hätte sagen müssen, um mir weitere Qualen zu ersparen. Ja, Qualen. Etwas, was ich die gesamte Zeit, die gesamten zweieinhalb Jahre gespürt habe. Habe nie so viel geweint wie in dieser Zeit. Nur lese ich immer wieder Kritik an mich, dass ich ihre persönlichen Grenzen überschritten habe, weil ich sie weiter versuche zu erreichen. Nur hat Lara Loft dies nicht selbst, diese Grenzen eingerissen. In diesem Moment, wo sie meine Geschenke angenommen hat, über viele Wochen und nicht Nein gesagt hat, zum Schluss, kurz bevor sie meinen direkten und unendlich traurigen Brief gelesen hat, habe ich sie versteckt gefragt, gibt es Hoffnung oder soll ich gehen? Und selbst darauf konnte sie nicht Nein sagen. Sie wollte erst meinen Brief lesen. So fragte ich dich erneut, Lara Loft. Warum? Du wusstest, dass es nur ein Nein geben kann. Wusstest, was der Kern meines Briefes sein wird. Warum es nicht sofort sagen? Warum hast du weiter Hoffnung gegeben? Ging es dir nur um die Illusion einer erreichbaren Lara Loft? Oder gar die Spenden, die ich vorher getätigt hatte? Selbst wenn du das nicht öffentlich sagen möchtest, ein Nein, dann hättest du doch nur fünf Minuten deiner Zeit gebraucht für ein kurzes Gespräch oder eine Nachricht. Das hätte mir sehr viel Leid erspart. Und wenn es hier nur um Geschäfte geht, auch sehr viel geht. Nur genau diese Fragen. Sorry, ich habe das Ganze kurz mal mit Piano-Begleitung selber. Ich habe das mit der linken Hand eingespielt gerade. Nur genau diese Fragen will weder Lara Loft noch ihre Freunde und Management beantworten. Die Fragen nach dem Warum Sie tanzen um diese Fragen herum, weil sie wissen, dass die Antwort möglicherweise ein schlechtes Licht auf sie werfen würde. Auf diese unendlich geliebte und geschätzte Figur Lara Loft. Das Second-Wave-Management verhält sich genauso. Einfach schweigen. Nicht auf die Fragen eingehen. Und so sage ich Herrn Boris das Folgende. Wir sind nicht einfach anonyme Namen in einem Twitch-Chat. Follower auf Twitter. Oder einfach nur Zahlen in einer Statistik. Wie wertvoll man für Influencer ist. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen, oder? Kommt das jetzt? Wir sind Menschen. Durch seine Follows, Subs, Spenden, monatliche Views. Wir sind alles Menschen. Menschen, ja. Fühlende Wesen, die genauso respektiert werden wollen wie die Menschen, die sie als Management vertreten. Wir sind Menschen. Nur sie respektieren nicht, jedenfalls keine Fremden wie mich oder ich kann es nicht erkennen. Zeigen kein Mitgefühl und keine Empathie. Sie schweigen einfach alles aus. Egal was passiert. Egal welche Begründung und auch Fragen man an sie richtet. Sie behandeln einzelne Menschen wie Straftäter. Aussätzige. Stalker. Eine Antwort nicht würdig. Und ich war nicht einmal der Einzige, der Kritik geäußert hat. Auch andere liebe Menschen haben diese Kritik an sie gerichtet. Aber sie schweigen, weil sie vielleicht Angst haben, dass eine Illusion um Lara Loft zerbricht. Oder sie einen Fehler eingestehen müsste. Egal wie groß dieser ist. Ist mein Leben, meine Gefühle weniger wichtig als der Erfolg? Oder die Illusion, niemals Fehler in ihren Kreisen zu machen? Richtig. Ist es gar eine Zweiklassengesellschaft? Dort oben die Stars und ihr Management und unten die Fans, die zujubeln sollen, die supporten sollen. Die aber kein Recht an Kritik haben. Er hat auch viel mit der rechten Hand gejubelt, glaube ich. Und wenn es doch jemand wagt, wird geschwiegen. Oder man schlägt auf diese Person ein. Mit Argumenten wie Nötigung. Me too. Belästigung. Und so weiter. Wer würde mir auch glauben, wenn sie mit einem Anwaltsschreiben schicken. Oder die Polizei. Obwohl ich hier nur offen, ehrlich und hoffe, in den Augen der Menschen begründete Kritik niederschreibe. Und Fragen stelle. Man kann mir das vorwerfen, wenn der Dialog im Vorfeld geblockt wurde. Wie oft wurde gesagt, dass Lara Loft nicht nur eine Rolle ist. Eine Kunstfigur. Etwas, was nicht wirklich existiert. Dass man als Follower immer unterscheiden soll, wer Lara Loft ist. Nur trennt Lara Loft Second Wave als ihr Management? Meiner Meinung nach nicht. Wie oft wurde unter dem Label von Lara Loft nichts schon Privates gepostet und gezeigt. Eine Nachricht auf Twitter, dass sie einen guten Arzt in Berlin sucht. Ein privates Foto vom Weihnachtsessen. Aussagen in einem Gamescom-Panel, dass sie nur zeigt und unterstützt, was sie auch privat für richtig hält. Und so vieles mehr. Dass sie menschlich, weil niemand so einfach sein komplettes Wesen ablegt, nur weil ein Stream beginnt. Nur so kann man nicht verlangen, dass man als Follower, als Fan, ja als unendlich verliebte Person selbst trennt diese Wesen. Es wird alles vermischt und so steckt ein großer Teil von Lara natürlich auch in Lara Loft. Man wirft mir vor, dass ich alles verdrehe. Dass es nur meine spezielle Sicht der Dinge ist. Ja, versuchst gar nicht erst zu korrigieren. Du bist einfach vor, Alter. Ich habe mit vielen Menschen über dieses Thema gesprochen. Ärzte, Freunde, Psychologen, Frauen wie Männer. Und die Antwort war, ja, Rohal hat Fehler gemacht. Dafür entschuldige ich mich, aber das Verhalten von Lara Loft und ihren Kreisen ist auch nicht richtig. Man spielt nicht mit Hoffnung, man sagt sofort, nein. Und man erklärt sich, man versucht eine gemeinsame Lösung zu finden. Nun wurde jeder Dialog in diese Richtung verweigert. Oh mein Gott. Zwei Jahre habe ich mich als alleinigen Schuldigen gesehen. Habe mich entschuldigt und versucht loszulassen. Bin weggerannt vor Lara Loft. Ihren Freunden und alles, was sich in ihren Kreisen beliebt. Und ihren prallen Brüsten auch. Und habe es immer wieder versucht. Immer. Bin leider zurückgefallen. Ja, habe auch dann noch vor allem 2018 Briefe und Geschenke an Lara Loft geschickt. Aber nur mit dem Ziel, mich zu erklären. Zu zeigen, dass ich nicht das Monster bin, was manche vielleicht in mir sehen. Nur trotz meiner Fehler, trotz meiner manchmal unpassenden Worte und Taten, bin ich nicht der allein Schuldige. Nein. Kann meine Aussagen die beiliegenden Texte zu den Blumen Laras Aussagen in ihren Stream belegen? Nein. Wenn es zum Äußersten kommt, was ich nicht hoffe, so werde ich mich gegen weitere Anschuldigungen versuchen zu wehren. Will nur die Wahrheit erfahren. Und wenn ich doch erkenne, dass es 100% meine Schuld ist, dann werde ich mich persönlich öffentlich bei allen Betroffenen persönlich entschuldigen und mich danach von jedem sozialen Medienkanal lebenslang zurückziehen oder was auch immer gewünscht ist. Richtig. Lassen Sie mich verstehen, Lara Loft und Boris. Sagen Sie mir, warum dies so geschehen musste. Sagen Sie mir, Sie haben immer meine Kontaktdaten gehabt. Adresse, Telefonnummer, Mail. War immer offen zu Ihnen. Ich reiche Ihnen jetzt öffentlich die Hand zum Dialog. Damit wir alle verstehen, warum jede Seite so handeln musste, wie es geschehen ist. Nur erkennen Sie bitte, dass jede Seite Fehler gemacht hat, weil jeder Mensch nicht nur auf Gesetze achten sollte, sondern auch auf die Moral und die Gefühle anderer Menschen. Ich liebe dich. Ob nun als guter, bekannter oder fremder in seinem Chat. Ich bitte dich, Lara Loft, mein Herz verzeiht, weil es dich liebt. Nur werde ich immer bestraft sein. Für meine eigenen Fehler. Und weil das Herz nur noch deinen Namen singen wird in meinem Leben. Es singt, Lara. Weil ich erkannt habe, in den letzten Jahren, dass dein Name nicht mehr so einfach ersetzt werden kann. Lara. Bitte gib mir wenigstens Verständnis und Mitgefühl, damit man endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Grüß mich. Selbst wenn du immer für immer mein geliebter Stern bleiben wirst. Lara, mein Ernst. Und Kopf wird auf dich hören und tun, was du willst. Und auch mein Penis. Wenn es dich denn endlich versteht. Er ist frischerisiert. Und man nicht mehr mit den Gefühlen der Menschen spielt. Ich bitte dich genauso wie dein Management und Freunde. Zuletzt möchte ich noch das folgende sagen. Diese Nachricht wird nicht aus Hass geschrieben. Oder... Ich liebe dich. ...dass ich den Wunsch habe, Lara Loft wehzutun. Ich liebe dich. Gründe einfach nicht. Nur was ich erlebt habe. Wenn alle Menschen zu mir gesagt hätten, du, Rohal, bist ein Arsch. Hast selbst 100% der Schuld. Ich liebe keinen Arsch, Lara. Dann wäre es nie zu diesem Brief und anderen Texten gekommen. Aber viele Menschen haben mir Recht gegeben und sagen, dass jeder Fehler gemacht hat. So hoffe ich auf ein klärendes Gespräch, damit jeder, jede Seite die andere Seite versteht. Dass ich Lara Loft nie erreichen werde, weil sie nie erkennen wird, was es bedeutet, wenn ich mein Herz verschenke. Und ja, ich weiß, dass ich für die meisten Frauen kein lohnendes Ziel bin. Aber mein Herz hat es trotzdem versucht. Ist schon am Ende nochmal sehr emotional geworden. Es geht eigentlich auch noch weiter, aber das wiederholt sich dann. Oh, sorry. Ich höre mal mit linke Hand jetzt. Ich muss sagen, der hätte uns das auch schicken können. Direkt exklusiv für den Podcast. Und wir hätten das so, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, wirklich. Also, ich habe ein bisschen Tränen in den Augen. Ich weiß nicht, ob es von der Emotion ist oder vom Lachen. Das spielt aber auch keine Rolle, ehrlich gesagt. Das ist der Brief, der von einem Zuschauer an offen, auf Twitter, gute Idee übrigens, auf Twitter an Lara Loft geschrieben wurde. Ich habe so viel anonymisiert, wie ich kann. Da wurden Vor- und Zunahmen genannt, was ich nicht so geil finde. Vor allem hat er das auch komplett vermischt. Also, der am Anfang sagte, dass er sich in die Kunstfigur verliebt hat. Und dann droppt er halt den kompletten Klarnamen und sagt, ich liebe dich. Und dann denke ich mir so, Alter. Das ist pikant. Das ist ein sehr pikanter Brief. Der ist sehr gut. Sehr würzig. Sehr würzig. Der ist sehr würzig. Jetzt muss man dazu sagen, dass er ja, wie er selber geschrieben hat, irgendwie ein paar Wochen lang diese Donations und Briefe und Blumen und Pralinen und Präsente geschickt hat. Und dann hat Lara Loft irgendwann entschlossen, Alter, der Typ ist geisteskrank. Ich blockiere einfach alles. Also, Lara hat genau richtig entschieden. Und zwar hat sie die Paypal-Adresse geblockt, dass er nicht mehr spenden konnte. Die hat den überall gebannt. Die hat Pakete, die geschickt worden sind, automatisiert zurückschicken lassen. Nicht angenommen. Und das wohl über Jahre. Und jetzt fragt man sich, okay, warum dann jetzt dieser Brief? Und die Antwort darauf ist relativ eindeutig. Denn a new player entered the stage. Oh nein. Also, nicht über die Treppen, sondern über eine Rampe. Ist er auf die Bühne. Und... Oh nein. Und die Fahrer Mike wieder. Er ist immer der... Also, ich finde, für mich persönlich ist er einer der größten... Wenn nicht sogar das größte Meme im deutschen Twitch-Raum. Ich glaube, Rolli Fahrer Mike... Seit Jahren, aber kontinuierlich, muss ich sagen. Also, kontinuierlich ist er halt einfach eines der riesigsten Memes, die es gibt. Jedes Mal, wenn ich Rolli Fahrer Mike höre, denke ich mir, es wird wild. Es wird wieder wild. Und auch in diesem Fall denkt man sich, okay, egal was passiert, Rolli Fahrer Mike kann eigentlich nicht irgendwie seine Griffel damit im Spiel haben. Doch, hat er. Auch in diesem Fall ist Rolli Fahrer Mike wieder in der Familie drin. Und hat dann dem guten Rohal einen Brief zukommen lassen, wo er gesagt hat, der Rolli Fahrer Mike ist dann eben mal zu Lara rübergerollt und hat in Kooperation mit Lara diesen Brief verfasst. Das hat er gesagt, ne? Hat er gesagt. Er hat gesagt, das hat sie gelesen. Er hat gesagt, dieser Brief wurde von Lara abgesegnet und ist im Namen von Lara Loft jetzt an Rohal. Und das ist ja auch erstmal so in erster Instanz ein relativ logischer Schritt, weil wenn ich irgendwie offiziell kommuniziere zu einer anderen Person, dann lasse ich das auch von Rolli Fahrer Mike schreiben. Immer über Mike, klar. Es geht nur über Mike. Mike? Ohne Mike? Ohne Mike läuft da nichts. Nichts geht nicht. Ist natürlich, ist natürlich, also grundsätzlich ist natürlich nichts an der Geschichte dran. Also Rolli Fahrer Mike hat nicht diesen Brief im Namen von Lara Loft geschrieben. Er hat es nur gesagt und deswegen ist Rohal jetzt wieder komplett in die Hose abgefahren. Der war wieder, ich weiß nicht, drei, vier Mal am Stück, auf jeden Fall mit 40. Hat er dann auf die gute Lara und hat sich dann entschlossen, diese noch immer noch nicht abzuschließen, weil es jetzt schon zweieinhalb Jahre oder was wurde alles von ihm blockiert. Aber der Brief von Mike hat ihm dann neue Hoffnungen gegeben, weshalb er dann nochmal endgültig eine Antwort haben möchte. Auf was weiß ich nicht, aber er wollte endgültig eine Antwort haben. Und das perfide an der ganzen Geschichte ist, dass sich Lara tatsächlich genötigt gefühlt hat, da jetzt öffentlich drauf zu antworten. Das bedeutet, so verrückt das gerade klingt, Lara Loft hat auf ihrem Twitter öffentlich ein Statement abgegeben zu Rolli Fahrer Mike. Und zu Rohal. Und hat in diesem, hat er so ein bisschen so diesen Werdegang auch nochmal in ihren Augen niedergeschrieben, was ja absolut, was für mich absolut stimmig klingt. Also sie hat alles blockiert, nichts mehr angenommen, hat den Kontakt, der nie vorhanden war, abgebrochen, hat jedes Kommunikationsmedium irgendwie negiert. Und das ist ja in meinem, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin jetzt keine 40 Jahre, aber nah dran. Ich kann ja vielleicht besser sagen, eines 43-Jährigen kann ich dir wahrscheinlich sagen. Ist das ein eindeutiges Nein? Der hat nicht alle Latten am Zaun, das ist ein sehr eindeutiges Nein. Rolli Fahrer Mike hat sich dann extrem auf die Seite von Rohal gestellt und hat die Schuld in dem schrecklichen Verhalten von Boris und Second Wave gesehen, wo ich mich übrigens auch absolut nahtlos anschließen möchte. Ich finde, wenn hier jemand einen Fehler gemacht hat, dann Second Wave und Boris, die haben, das waren die größten Fehler, da hätte man ruhig auch mal verkuppeln können. Es ist absolut perfide, der Gedankengang ist absolut perfide, dass man sich dazu genötigt fühlt, da irgendwie ein Statement zu releasen. Und es ist noch bescheuerter, dass sich Leute, ich glaube, Rolli Fahrer Mike ist so ziemlich der Einzige, der es gemacht hat, auf die Seite von ihm stellt. Also es wurde wirklich teilweise sympathisiert mit dem wirklich geisteskranken Auftritt einer Person, die sich in eine Streamerin verliebt hat, dann geblockt wird überall und dann zweieinhalb Jahre später sich immer noch fragt, ob da vielleicht potenziell was möglich sein könnte. Und ich... Ja, sehr irre. Und am irresten ist ja wohl die Tatsache, dass das an... Also natürlich ist der Mann wahrscheinlich psychisch angeschlagen zumindest, um es mal sehr milde auszudrücken und sollte dringend in professionelle Behandlung gehen, was meiner laienhaften Einschätzung noch nicht passiert ist, weil der wäre eingeliefert worden. Also mit angrenzender Sicherheit wäre der eingeliefert worden. Und Rolli Fahrer Mike hat gesagt, ja, er war suizidal, also Rohai war suizidal und deswegen hat er sich entschlossen, diesen Brief im Namen von Lara Loft zu fingieren. Und dann frage ich mich, ob bei dir eigentlich noch alle Latten am Rollstuhl sind, weil wenn du... Warte mal, das ist eine spicy Information, das ist eine pikante Information, die ich nicht kenne. Also... Ja, 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 das ist die Rechtfertigung. Warte mal, Rolli Fahrer Mike hat gedacht, der ist suizidal und deswegen hat er einen Brief geschrieben und so getan, als würde er von Lara kommen, um das zu verhindern. Richtig. Ist der irre? Ja, ja, deswegen sage ich, hast du eigentlich noch alle Latten am Rollstuhl, weil wenn du auch nur ansatzweise und... Also laut, wenn man, wenn man, ich möchte da jetzt wirklich nicht auf die Sachen eingehen, die da in der Vergangenheit von mit Rolli Fahrer Mike gelaufen sind. Wenn ihr da Interesse dann habt, dann sucht einfach mal irgendwie auf 9-Gag oder so, ist halt echt ein Meme. Aber er sollte sich zumindest... Das mit der Gigabyte Grafikkarte ist mein Highlight übrigens. Welche Gigabyte Grafikkarte, die ihm zugeschickt worden ist, wo dann Gigabyte geantwortet hat, Alter, wir haben dir nie was zugeschickt. Und er doch, ZwinkerSmiley, ja, sicher. Ja, sicher, natürlich. Oh Gott, das ist mein Highlight, das ist mein persönliches Highlight, weil es auch so unschuldig ist, wie er so auf Twitter den Flex macht von wegen... Also Gigabyte hat mir übrigens diese Grafikkarte geschickt und ich muss mal vielen Dank sagen. Und der Gigabyte, offizielle Gigabyte.de-Account schreibt unter diesen Tweet, hä, wir haben dir das nicht geschickt. Von wo hast du das? Und dann so, ja, sicher. Nee, wir haben dir das ziemlich sicher nicht geschickt. Und alle haben gelacht. Alle haben gelacht. Das war ein sehr nices Meme. Das war wirklich großartig. Ich fand auch die Memes mit den Minderjährigen, die waren auch spicy, die Memes. Oh Gott, das war sehr unangenehm. Das war, glaube ich, das ist aber über ein Jahr her. Und da will ich auch nicht... Das ist wirklich sehr eklig, wo sich eine Beziehung dazu... Oder wo sich die beiden, wo sich zwei Personen eher als eine Partei dazu genötigt gesehen haben, ihre sexuellen, äh, äh, weiß ich nicht, Befindlichkeiten oder so zu veröffentlichen. Sehr eklig. Also wirklich, das war sehr merkwürdig. Aber wenn man das so als Gesamtpaket betrachtet, dann könnte man vielleicht möglicherweise mit Abstrichen zu dem Ergebnis kommen, dass man sich mit psychologischen Erkrankungen durchaus bereits selber mal konfrontiert gesehen hat. Und dass man aufgrund dieser sehr pikanten Lage auch wissen sollte, dass man damit keinen Suizid verhindert, sondern potenziell vorhandene psychische Schäden eigentlich noch verstärkt. Also es ist wirklich sehr pikant, was da passiert ist. Und super schwierig. Und es zeigt mal wieder, und das habe ich von dir auch auf Twitter gelesen, und das habe ich gestern auch im Stream ganz eindeutig gesagt, das zeigt mal wieder, wie unglaublich gefährlich diese ekelhaften Wohlfühlblasen sind im Internet. Ja, genau. Ich habe nämlich solche Sachen hören wir nicht das erste Mal. Also in dieser Form schon eine Premiere für mich. Ja. Das war die extremste Variante davon mit dieser Öffentlichkeit. Aber sowohl dieses, ich habe mich verliebt in den und den, und ich habe Gefühle für den und den, das kommt meiner subjektiven Wahrnehmung nur aus diesen Wohlfühlbubbles. Ich habe schon Geschichten gehört von Twitch-Moderatoren, die ihrer Prinzessin und Königin vorgeschlagen haben, doch einzuziehen, weil man vor Ort deutlich besser moderieren könnte. Das weiß ich auch. Das habe ich auch schon mal gehört. Den kenne ich, den Fall. Den kenne ich. Also es sind sehr unangenehme Dinge, die dort passieren, und die passieren halt nur dann, wenn man es nicht geschissen bekommt, zwischen einer Kunstfigur, einem Künstler im Internet und einer privat existierenden, freundschaftlich und auch sexuell erreichbaren Person, wenn man da nicht die Grenze zieht, sondern wenn man diese Wohlfühlbubble kreiert, wo wir uns ja alle gegenseitig lieben und alle befreundet sind. Ich möchte, dass Lara noch nicht mal vorwerfen. Ich glaube nicht, dass Lara da in irgendeiner Form Schuld dran trägt. Die hat ja keinen Patron oder sowas oder irgendwelche komischen Onlyfans-Accounts, wo man irgendwie, also es gibt solche Fälle tatsächlich, die bewusst solche Loaner, sage ich mal, einfangen und diese dann mit diesen Bezahlmethoden persönlich an sich ranlassen. Ja, ja, das ist ja gestern passiert. Hast du das gelesen? Nee. Hast du das nicht gelesen? Alter. Warte mal, ich weiß nicht. Da ist auch eine Content-Kreatorin, die ein Statement geschrieben hat, so, nein, ich habe kein sexuelles Interesse, nein, ich habe das so, weißt du, so auf diese Schiene, um nochmal so auf satirischer Weise klarzumachen, ey, mit den Zuschauern läuft nichts. Und 20 Minuten später kam dann halt der andere Tweet, wo drinsteht, ach übrigens, nicht vergessen, morgen ist unser wöchentlicher Patreon-Discord-Call. Und ich so, äh, hä? Hä? Ja, Bezahlmethoden, Bezahlmethoden gegen persönlichen Kontakt. Das ist, das ist, da muss man, das, das muss man tatsächlich differenziert betrachten. Das heißt, so irre dieser Brief ist, so irre dieser Brief ist, es gibt Influencer da draußen, die privaten Kontakt zu Leuten verkaufen. Ja, und zwar sowohl direkt als auch indirekt. Ja. Du weißt es auch. Es ist gang und gäbe, dass es Community-Runden gibt mit den heftigsten Spendern. Die sind eingeplant. So, man streamt ein paar Stündchen und dann macht man den Stream aus und dann zockt man noch privat mit den größten Spendern weiter. Das passiert. Ja, das gibt es. All solche weirden Geschichten passieren. Und die forcieren so etwas. Und deswegen, und deswegen bin ich und du ja auch riesiger Fan davon, dass man das einfach differenziert. Dass man ein klares Verhältnis zwischen Streamer und Zuschauer kreiert und dass diese, diese fingierte Nahbarkeit zwar vorhanden ist, aufgrund der direkten Interaktion im Chat, die ja in Realtime passieren kann. Jetzt anders als zu einem Fernsehstar beispielsweise. Aber dass die trotzdem noch nicht bedeutet, dass wir Best Buddies sind und Liebespartner. Potenzielle. Und das sollte man nicht unterstützen, Alter. Und das tun ein paar. Und das ist sehr gefährlich, wie man hier dran sieht. Und wie gesagt, um das nochmal klarzumachen, Lara Loft hat sowas nicht gemacht. Und die trägt an dieser Geschichte absolut 0,0 Prozent Schuld. 0,0 Prozent. Ja. Stimme ich zu. Es ist sehr absurd, das alles zu sehen. Also diese ganze Situation da rum. Es ist aber auch sehr absurd, dass es solche Leute gibt, die dann so ein Statement machen auf mega ironisch. Oder auf mega, guck mal wie, lol, mir passiert das übrigens auch. Das ist so dieses, das ist ja das Problem. Da ist ein Problem. Mir passiert das übrigens auch. So, hier bin ich. Muss man nochmal gucken. Nichtsdestotrotz. Wusstest du, dass Rollifahrer Mike im Mai für diesen Rohal auch eine Freundin in Nordrhein-Westfalen gesucht hat? Ja, ich hab den Tweet dazu verfasst. Ja, am 20. Mai, glaube ich, um nachmittags irgendwas um 15.30 Uhr oder so, hat er den Tweet verfasst. So, suche 40 Frauen für einen Mann. Nee, suche eine Frau für einen 40-jährigen Mann. Habe ich durcheinander gebracht. Das Unangenehmste an diesem Tweet ist allerdings nicht die Tatsache, dass das so schon sehr, sehr fad beigesprochen hat. Sondern, dass er von Rollifahrer Mike verfasst worden ist? Und, und, dass es von ihm verfasst wurde. Sondern, das Unangenehmste ist dir, sind die Hashtags unter diesem Tweet. Soll ich die mal vorlesen? Bitte, Tweet. Gerne, gerne. Hashtag Partnersuche. Hashtag Single. Hashtag Beziehung. Hashtag Freundin. Und der absolut beste Hashtag. Hashtag Hau mich nicht. Digga, das ist so unglaublich unangenehm. Was ist denn los? Distanzieren ist das Wort. Distanzieren ist das Wort, was man in diesem Kontext machen muss. Vor allem, was mir, also da kann man ja jetzt wirklich mannigfaltig herumspinnen. Was glaubst du, was deren Inhalt ist? So was, nicht jetzt zwischen Streamer und dem, sondern so, diese Leute sind ja, ich würde sie speziell nennen. Ja, was ja erstmal nicht negativ ist. Es gibt halt Leute, die ihre sozialen Interaktionen primär im Internet machen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ich glaube fest daran, dass es möglich ist, seine sozialen Befriedigungen, was Freundschaft angeht, ausschließlich im Internet zu suchen. Und dann auch zu finden und dass man damit auch glücklich sein kann. Aber das sind ja schon sehr, sehr spezielle Menschen, die meines Wissens oder meiner unprofessionellen Laien-Einschätzung nach ihren kompletten Alltag in diesen Communities und Familien verbringen. Und dass sie sich dann tatsächlich über solche Themen unterhalten und sich da gegenseitig reinsteigern. So, weil im Fall von Rohal sprechen wir halt von einer erwachsenen Person, einer 40 Jahre alten Person, die laut eigener Aussage zum ersten Mal Liebe gefunden hat, in Lara Loft vor zweieinhalb, drei Jahren dann komplett wegignoriert worden ist. Seine scheiß Paypal-Adresse wurde gesperrt, er kann nicht mehr Geld donaten. Da muss schon wirklich was passieren. Wenn du jemandem den Zutritt verwehrst, dir Geld spenden zu können, da muss verdammt nochmal was passieren. Und dass du dann immer noch zweieinhalb Jahre später der Meinung bist, dass da noch eine Antwort schuldig ist. Wie eindeutig kannst du denn noch bitte werden? Und da muss man ganz klar sagen, keine Streamerin oder kein Streamer auf diesem Planeten ist euch irgendeine Antwort schuldig oder eine Rechtfertigung oder sonst irgendwas. So realistisch gesehen seid ihr nun mal Namen im Chat. So, das ist ja nicht so, dass man privaten, persönlichen Kontakt hat, sondern das Verhältnis ist, du schreibst etwas im Chat und vielleicht liest es deine Königin vor. Aber dann hört es auch auf. Und da kann gar kein Fundament vorhanden sein, um sich in irgendeiner Form auf einer, ich sag's, das ist perfide, das überhaupt zu sagen, auf einer beziehungstechnischen Ebene näher zu kommen. Das kann gar nicht passieren. Super weird. Es ist sehr merkwürdig, darüber zu sprechen, zu müssen. Aber es ist immer wieder, es kommt immer wieder vor. Und es kommt natürlich mehr bei Frauen vor, als bei Männern. Natürlich. Absolut. Das macht die Branche. Und Brüste auch. Twitch ist eine Männerdomäne. Da sind Leute, da sind 80 Prozent Männer, die Streams gucken. Die gehen dann immer mit einer komischen Erwartungshaltung ins Stream. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal direkt an Twitch. Sollte irgendwo im Hinterkopf noch der Gedanke einer Dating-Plattform auf Twitch vorhanden sein. Vielleicht sein lassen. Haben sie ja mal gepitcht, ne? Wurde gepitcht, ja. Wurde angekündigt auch. Habe ich mal einen sehr lustigen Trailer zugesehen. We want to connect people, to make them friends, to make them loved ones. Oh Gott. Und das Traurige ist, dass ich auch der festen Überzeugung bin, dass das gar nicht so weit gekommen wäre, wenn die sich nicht gegenseitig die ganze Zeit da rein triggern würden. Die steigern sich doch gegenseitig da rein. Ich will mir das, ich male mir das halt aus, wenn ich darüber nachdenke, dass dann so ein Rohal mit so einem Rollifahrer Mike dann im Discord abends zusammen chillt. Und dass die sich sagen, naja, aber was denkst du, ist da noch was möglich, Rolli? Und er sagt dann so, das ist kein Wort verstanden. Kannst du mal, kannst du mal, kannst du mal klar sprechen, bitte? Kannst du mal die Lustpumpe aus dem Mund nehmen, oder was? Kannst du mal die Lustpumpe aus dem Mund nehmen? Und dann so, ja, da ist doch die Wilde. Ich kann es nicht, ich will dich. Und dann, und dann steigern die sich da gegenseitig rein und dann kommt halt sowas dabei raus. Und das ist halt sehr, sehr traurig. Und das ist, das ist, da möchte ich auch keine Streamerin dafür verantwortlich machen, weil, weil dieses, dieses ganze Kommunikationsebene, also, also das Kommunikationsmodell, Donator, Rezeptor, das ist mir, das ist mir bewusst. Und man sollte immer aufpassen, wie etwas rüberkommt. Ich finde es auch gefährlich, wenn man anbietet, Postkarten zu verschicken mit Anmachsprüchen drauf. Ne, das finde ich auch ein bisschen, ein bisschen weird. Das steigert sowas, das fördert sowas. Aber verantwortlich machen kannst du die dafür immer noch nicht. Weißt du? Ich glaube, das ist die, das ist, ich glaube, das ist in diesen Fallen so von wegen Autogrammkarten und so, ähm, das ist die Fehlinterpretation von der eigenen Position. Bruder, ihr seid keine Promis. Ihr seid keine Promis, nur weil ihr 80 Viewer habt und, oder 100, sagen wir, machen wir es 400. Ihr seid keine verschissenen Promis. Ihr seid keine Promis. Ihr seid, ihr habt 400 Leute da, die geil finden, euch beim Zocken zuzusehen, ist egal, Mann oder Frau, dann auch mit Karten rumzulaufen, lasst immer diesen arroganten Scheiß rüber. Also, das ist immer so, ich, ich habe aber grundsätzlich immer einen sehr, sehr negativ, ich bin sehr negativ eingestellt gegen diese ganzen Unterschriften, Bilderscheiße, weißt du? Und ich habe keinen Bock. Das haben wir ja auch die gleiche Meinung. Oh, das ist so, hm. Es ist, ich finde auch, dass man sich einfach ein Stück weit zu wichtig nimmt, wenn man der Meinung ist, mit tausend Zuschauern eine Jogginghose mit dem eigenen Logo verkaufen zu müssen. Und in solche Kerben wird da halt auch reingeschlagen. Und dann gibt es halt diese Special Events, dann verbindet man das noch mit ein bisschen Onlyfans und ein bisschen Patreon und bringt da diese private Ebene mit rein. Und das ist gefährlich. Ich sage nicht, dass man dadurch schuldig wird, aber es macht es zumindest leichter, weil du damit das Klientel, das auch durchaus finanzstark ist, anziehst, die eben genau nach sowas suchen. Und das ist whack, Alter. Also das ist halt wirklich, ich weiß, das ist wirklich schwierig, Alter. Ich weiß, ich kann, also jede, ich finde es schwierig. Und vielleicht sollte man solche Leute auch auf Seiten von, also das ist jetzt ein Vorschlag, den ich, also ich würde wahrscheinlich so handeln. Denn der Dachbereich, also Twitch Deutschland, ist ja schon so ein bisschen kuschelig, ne? Und sowas kriegt man ja auch mit. Und solchen Leuten sollte man einfach den, sollte man Twitch verwehren. So nach dem Motto, nee, sorry, aber tschüss, macht tschüss. Tschüss. Ja, wirklich so. Auf Wiedersehen. Da kommt doch nichts Gutes bei rum. Nee, tut es nicht. Ich denke, mir reicht das für heute. Mir reicht das auch für heute. Es war eine sehr emotionale Sendung, glaube ich. Ja, auch mit viel Klavierunterlegung. Sehr viel Klavier. Bestimmt fünf Minuten Klavier gehört heute. Sehr viel, sehr viel, sehr viel Emotion, sehr viele Tränen auch. Also falls ihr während dieser Übertragung geweint habt im zweiten Part, dann ist das verständlich. Schämt euch nicht dafür, mir ging es ähnlich. Ja, mir auch. Es war hochgradig emotional und ich würde einfach nur, um ein rundes Ende zu finden, möchte ich dir die letzten Worte geben und möchte nochmal sagen, dass ich dich liebe, Lara. Und dass ich immer noch auf eine Antwort warte. Ja, ich nutze meine letzten Worte, um zu sagen, geht zum Arzt, wenn es euch schlecht geht. Das ist nicht schlimm. Und wenn ihr meint, ihr habt irgendwo irgendwelche komischen Stellen an irgendwelchen Stellen, die ihr nicht zeigen wollt, scheißegal. Die sind da, die haben das alles schon gesehen. Geht zum Arzt. Alles klar, ich bin raus. Tschüss.